Musik Da, auf Schloss Bröseln, findet Hand des Ersten Südtiroler Kinderbuchfestival statt. Ich finde, das ist eine gute Idee. Mal schauen, was ich da zu sehen gebe. Musik 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 Was machst du denn du da? Es hat ja noch gar nicht angefangen. Ja, ich muss noch ein bisschen herrichten, weißt du, weil mir geht es in zehn Minuten los. Darf ich mal schauen? Ja, logisch. Musik 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 Das ist jetzt das Buch, das ich erst am Nachmittag lesen werde. Es ist die Schatzsuche im Südtiroler Runterland. Und danach, ich werde heute den Klassenaufflug auf dem Adler lesen. Ja, und um was geht es da? Ja, also, ich zeige dir es kurz. Das ist ein Buch über die Südtiroler Städte. Hier ist die Wichtelklasse, die mit ihrem Lehrer, mit dem Herrn Spektakulus, einen Ausflug durch Südtirol macht. Und siehst du vielleicht, diese Stadt kennst du eh schon. Das ist Spauzen und das Ötzi Museum. Und so wird im Buch ein bisschen jede Besonderheit von jeder Stadt vorgestellt. Was ist mein Ziel? Warum einfach, dass die Kinder alle Städte kennenlernen und selber spielerisch durchlesen? Ah, häklich spannend. Dann werde ich mir die Lesung unhören. Danke. Musik Ein Wichtel, gekleidet in Ritterrüstung, öffnet das Tor. Seid mir gegrüßt. Ich bin Ritter Kunibold von Matsch und das ist meine Gemahlin Mechthild. Oh, ich wusste gar nicht, dass es noch Ritter gibt, staunt Laurin. Ha, 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 lacht Kunibold. Eigentlich gibt es sie auch nicht mehr. Aber einmal im Jahr finden hier Ritterspiele statt. Und dann packen wir unsere Rüstungen aus. Seht ihr, hier ist der Ritter. Vielleicht war von euch jemand schon mal bei den Ritterspielen. Warst du dort? Ja, und? Haben dir die Ritter gefallen? Ja, die sind toll. Und die Wichtel dürfen dann auch auf der Kurburg schlafen. Das ist natürlich ganz eine besondere Übernachtung. Oma Petty und wie sie Zeichen aus dem Himmel schickte. Ist eigentlich ein ganz herziger Titel. Unter Wolken. Er kann nicht eigentlich auch ein Zeichen sein. Hallo. Hi. Ich lasse dir noch ein Buch geholt von der Oma Petty. Wie meinst du da, weil Oma Petty und wie sie Zeichen aus dem Himmel schickte. Welche Zeichen haben? Genau, also in dem Buch geht es darum, die Oma Petty ist gestorben. Und die Leona vermisst sie logisch, weil die Oma nicht mehr da ist, was ihr helfen kann. Und deswegen wünscht sie sich halt oft auch mal ein bisschen Hilfe. Und die Oma, die will ihrer Enkelin logisch auch helfen und dann eben fängt sie an, Wege zu finden, um Zeichen zu schicken. Und so Zeichen können sein zum Beispiel während der Matheschularbeit, wenn sie nicht weiß, wohin sie als Komma verschieben muss. Dann schickt sie ein Zeichen und dann rollt der Bleistift ganz leicht nach rechts. Dann weiß ich, ah, als Komma muss ich nach rechts schieben. Und wie bist du auf die Idee gekommen? Meine Oma ist gestorben vor ein paar Jahren und dann hat ich mir gedacht, was wird denn jetzt da im Himmel wohl los sein. Und dann haben wir gedacht, vielleicht unterhalten sich jetzt meine Großeltern über mich da oben. Und so ist es dann auch im Buch. Und wann ist das Buch rausgekommen? Jetzt seit fast zwei Jahren gibt es es. Hat sie es schon viel verkauft? Ja, also es kommt eigentlich ganz gut an. Die Kinder lesen es gern. Auch wenn das Thema Tod vielleicht ein bisschen schwierig ist, weil man sagt, das Thema, weiß ich nicht, ob ich darüber lesen will. Aber es ist ja eine lustige Geschichte und die Oma macht jede Menge Blödsinn in den Himmel oben. Von daher ist es nicht wirklich eine traurige Geschichte. Und sie ist sehr unterhaltsam und witzig. Und die Leona, die soll auch ganz viel Spaß mit den Zeichen von der Oma. Leona schwirrte es nur in den Kopf. Sie schaute zum zwanzigsten Mal auf die Uhr. Sechs Minuten blieben ihr noch. Oma Betty sprang so schnell aus der Hollywood-Schaukel auf, dass Sina erschrocken das Weite suchte. Sie wollte ihrer Enkelin so gerne helfen und hielt die Spannung fast gar nicht mehr aus. Leona war kurz davor, den Bleistift anzusetzen, doch sie schien sich immer noch nicht entschieden zu haben, wohin. Betty ging näher an die Regentonne heran und schrie hinein. Eigentlich ohne Hoffnung, dass das Kind sie hörte. Komma nach rechts! Leona wollte das Komma gerade einfach irgendwo hinsetzen, als ihr Reservebleistift, der vor ihr auf dem Tisch lag, ganz langsam zu rollen begann. Das ist ja der Spur von der Oma Betty, das habe ich gerade gehört. Das ist der Spur von der Nadine. Hoi! Und wer hat denn da geschrieben? Das sieht ja interessant aus. Ja, das war ich. Hallo, grüß dich, ich bin Renate. Hallo! Das sind alles meine Bücher, die du hier siehst. Du hast ja die alle vorlesen. Nein, alle hält dir immer nicht, aber die zwei lese ich heute vor. Soll ich sie dir mal zeigen? Ja. Also, das zum Beispiel ist Mission Natur-Tierrische-Tricks. Da geht es um ein Damm und die Trixi und die sind ein Geheimagenten in Auftrag von der Natur. Und die beschützen die Natur. Und da drinnen sieht man, hoppala, da drinnen sieht man ganz viele naturgetreue Illustrationen, weil ich eben schreibe und zeichne auch. Gata la. Sei gata. Wenn man möchte, kann man das ganze Buch selber machen, gell? Und da hat man eben gemäß ganz genau Zeichnen. Und wenn du da schaust, ganz am Ende sieht man sogar die Karte mit allen Tieren drauf, was in dem Buch vorkommen. Und da gibt es eine ganz spannende, zum Beispiel die Spinnenschwanzfieber oder das ist ein Vampirfink. Oder das ist auch hitzig, kennst du das? Ja. Das ist das Axolotl, gell? Das kann die Gliedmaßen und Organe nachwachsen lassen, zum Beispiel. Und dann haben wir da Trikula und Sauberinchen und die Nundinenschatz. Das ist ein Südtiroler Märchenbuch und das spielt in ganz Südtirol. Schau ich mal. Ich zeige dir hier mal. In ganz Südtirol passiert hier etwas und da kann man sogar, da ist am Ende vom Buch eine Wanderkarte drinnen, wo man die ganzen Orte, die da im Buch vorkommen, nachwandern kann. Da kann man einmal wirklich schauen, wo die Hexen wohnen oder wo es gespenst ist oder zum Beispiel da auf der viel anderen Alpen ein Latschmendel suchen gehen. Und wie lange brauchst du für den Buch? Heu kommt jetzt drauf an, was für eins, aber zwischen drei und sechs Monate. So lang? Und um was es in den Märchenbuch jetzt geht, Herr Hermann-Zir-Zohn? Trikula platzte fast vor Neugier und versuchte die Truhe zu öffnen. Zunächst wollte das nicht so recht gelingen, aber als Trikula sich mit seinen Reißzähnen dran zu schaffen machte, sprang die Truhe prompt auf. Aber was war da drinnen? Nur ein Stück kaltes Papier? Die drei waren enttäuscht. Hatten sie doch auf einen Schatz gehofft? Gelangweilt nahm Sauberinchen das Stück Papier aus der Truhe. Als sie es genauer betrachtete, begann ihr Herz schneller zu schlagen. Es war ganz und gar kein gewöhnliches Stück Papier, vielmehr war es eine Schatzkarte. Das sind ja schöne Bilder. Wer hat denn die gemalt? Fanden sie da? Ja, die sind richtig schön. Die haben ich gemahlen. Zuerst mit Bleistift und dann mit der Form ausgemahlen. Und ist das also ein Buch? Nein, das ist einfach eine Auswahl für verschiedene Bücher. Da habe ich einfach ein paar verschiedene Bilder aufgehängt. Magst du mal schauen, wie so ein Bild entsteht? Ja. Schau mal, das ist das Bücher Mia und die Kampsocken. Und hier ist zum Beispiel das Bild, das dir gefallen hat, habe ich das so als Bleistiftzeichnung. Zuerst mache ich die Bilder alle mit dem Bleistift. Dann kann es sein, dass ich es einmal mal, zweimal mal, dreimal mal, je nachdem wie schnell es mir gelingt. Und danach werden wir mit den speziellen Formen die Bilder noch angemahlen. Und um was geht es in dem Buch? In diesem Buch geht es um die Mia. Die Mia ist ein kleines Mädchen und die kommt vom Kindergarten heim und fühlt sich nicht gut. Und dann müssen sie zur Kinderrechtsding gehen. Anhand von einem Blutbild wird noch festgestellt, dass bei der Mia beim Blut etwas nicht in Ordnung ist. Da erklärt sie der Papi. Siehst du, dass da kranken Zellen in ihrem Blut sind. Und wegen Sam muss die Mia dann ins Kinderkrankenhaus auf die Kinderabteilung und kriegt starke Medikamente. Und da ist noch die coole Tante Sophie, die kommt mit der Kampfsocke. Die sind in einem Buchpaket enthalten. Da sind zwar regenbogenfarbene Kampfsocken drin. Und schau mal, die Tante Sophie, die bastelt dann mit der Mia so eine Kampfsocke. Und jedes Mal, wenn ich mit der Mia Medikamente kriege oder ins Krankenhaus muss oder zur Kinderrechtsding, dann können sie da irgendetwas draufmachen auf die Kampfsocke. Eine Masche, eine Blume, eine Pflasterle. Und die begleitet die Mia durch die ganze Zeit, als sie im Spital ist. Also, dass sie nicht mehr so viel Angst hat. Dass sie nicht mehr so viel Angst hat und dass sie einen Begleiter hat, der sie ein bisschen beschützt hat. Und am Ende der Geschichte war die Mia wieder gesund. Und die Kampfsocke hat sie einfach durch die ganze Zeit begleitet. Also hat die geholfen? Die hat ganz fest geholfen, ja. Und die Geschichte ist einfach entstanden, weil es ja viele Kinder gibt, die im Krankenhaus müssen und auch mal eine schwere Therapie machen müssen. Und da bin ich eben auf die Idee gekommen, in Zusammenarbeit mit der Südtiroler Krebshilfe eben so ein bisschen auszubringen. Und da werde ich auch 1 Euro pro Buch in der Südtiroler Krebshilfe, also in der Kinderhilfe Regenbogen, gespendet. Damit den Kindern und den Familien dahinter auch geholfen werden. Also, wenn man ein Buch kauft, dann tut man praktisch den Kindern, denen Krebs haben, helfen. Genau. Das finde ich cool. Schau mal, da hinten sitzt der Max. Der hat auch eine Kampfsocke an. Der hat sich verletzt und mit der Kampfsocke heilt sie einfach schneller. So eine Kampfsocke ist schon ein cooles Ding. So eine Kampfsdruck. So eine Kampfsdruck. So eine Kampfsadkampfsdruck. Okay. Hi. Was machst du denn du ganz allein? Ich warte alle, weil Leute meine Rätsel lösen würden. Rätsel? Super Augenrätsel. Boah, das klingt gut. Das klingt gut? Ja. Dann darfst du es lösen. Ich gebe dir das Buch und den Rest musst du machen. Aha. Das sind so Wörter reingekreist. Was ist denn das? Finde den Code. Okay. Fünf. Dann wäre das Rätsel lösen gehen. Genau. Viel Glück. Danke. Tschüss. Tschüss. Ah, das sind Burschtoben. Ah, da hinten ist auch ein Zackel. Domeck. Wart vielleicht umgekehrt. Eckdomeck. Ah, da. Ah, da ist ein Schloss. Da braucht man ein Code. Ähm, Code. Ah, da probiere ich ja ein Code. Ah, da ist eine Truhe. Ich glaube, das muss ein Schatz sein. Na, aber was in der Schatz drinnen ist, er muss es sich selber herausfinden. Viel Dank. Och, da ist ein Daumen. Und da ist ein Schloss. Da ist ein Schatz. Da. 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 Vielen Dank.